Rund 33.000 Studierende in 100 verschiedenen Studiengängen. Damit gehört die Technische Universität Berlin zu den großen und international renommierten Hochschulen in Deutschland. Hinzu kommen rund 500 Promovierte pro Jahr. Zu den besonderen Merkmalen unserer Universität gehört die Verbindung von Natur- und Technikwissenschaften mit den Sozial- und Geisteswissenschaften. Doch wer sind die Absolventinnen und Absolventen der TU Berlin? Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Und was machen sie heute beruflich? Über ihr Alumni-Programm hält die TU Berlin weltweit Kontakt zu Ihnen. Hier stellen wir Alumni und ihre Geschichten vor. Ich bin Neisha Loboplok. Ich bin der CEO von UV Photonics, zusammen mit Jens Ras. Und mein Hintergrund ist eigentlich in Physik. Ich habe meine PhD in Physik von der Technikwissenschaften in Berlin. UV-LEDs in Prinzip können die Basis aller Technologien, die UV-Radiation benutzen. Und deshalb haben unsere Kunden einen großen Teil von Applikation-Fields. Von Phototherapie im Bereich der Medizin, zu Gas-Sensing, zu Plant-Groht und sogar zu Disinfection von Wasser, Luft und Luft. Wir können das zusammenfassen unter Enabling Technologies for Sustainable Society. Das heißt, die UV-LEDs sind eine Basistechnologie, die genutzt werden kann für verschiedene Anwendungen. Und diese Anwendungen können eben einen Fortschritt für viele Bereiche in Medizin und Sensorik bedeuten, die auch für die Gesellschaft als Ganzes einen Vorteil bringen. Während des PhDs haben wir die Entwicklung des UV-LEDs gearbeitet und wir hatten die Möglichkeit, mit ein paar Partnern, sowohl aus der Forschung und der Industrie, die unsere LEDs in ihren Produkten benutzen wollen. Und dann haben wir das Gefühl, dass es eigentlich eine Gap im Markt gab, die wir mit unseren LED-LEDs erfüllen konnten. Bei UV Photonics bin ich für die Materialentwicklung und die Epidoxie der Halblätterstrukturen, das heißt, der LED-Herstellung zuständig. Wir haben Berlin für die Unternehmensgründung gewählt, weil wir sehr eng mit der TU Berlin und dem Ferdinand-Braun-Institut vernetzt sind und auch deren Infrastruktur für unsere Produktion nutzen. Nature, Tim und ich kannten uns schon aus der Promotionszeit bei Professor Kneißel und wir haben dann festgestellt, dass wir insbesondere im betriebswirtschaftlichen Bereich noch Bereiche hatten, wo wir Unterstützung brauchen konnten. Und wir haben dann den Walter kennengelernt, der unser Team hervorragend ergänzt hat. Mit mir sind in das Team kaufmännische und berufliche Erfahrungen eingebracht worden und natürlich betriebswirtschaftliche und kostenrechnerische und finanztechnische und Personalkompetenz. Dies ergänzt die naturwissenschaftliche Kompetenz der anderen Mitgründer. In five years from now, I hope that we have grown from a small spin-off to a mid-sized company with maybe international operations. Und an diesem Punkt würde ich uns als Markt-Leader sehen, für die Customized UV-LEDs in Niche Markets. Wenn man über Qualität UV-LEDs denkt, man über UV Photonics. Copyright Untertitelung des ZDF, 2020